Das ist ein Alpen, sie macht sich holen. Sie hat keinen, sie hat keinen. Sie ist ein Schmetterl. Du meinst, der Schwanz geht, aber sie bewegt den Arsch und nachher gibt es ihnen ein bisschen Schwung. Sie geschieht, dann bleibt er sofort mit der Scheibe dabei. Geht ein Bier damit. Jetzt sind wir wieder. Jetzt haben wir leise raus. Das ist ein Alpen. Sie macht sich holen. Sie hat keinen Gefühl. Sie ist ein Schmetterl. Du meinst, der Schwanz geht, aber sie bewegt den Arsch und nachher gibt es ihnen ein bisschen Schwung. Sie geschieht, dann bleibt er sofort mit der Scheibe dabei. Geht ein Bier damit rein. Jetzt sind wir wieder. das ist eine Kappusche. Das ist sogar ein Kappusche. Das ist ein süßes Energie. Der ist ein guter. Das ist ein kass. Dann schaut es an die ganze Zeit. Eine Flasche trinkt das schön, oder? Und die Mama schon mit ihm bringt's mehr die Altra, aber... Woll! Olle Doge! Wer läuft da, der kann auch... Wiener! Ich kenne das richtig! Du bist halt in der Küche! Machst du doch! 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 Nein! Machst du doch! Aua! Wo das ist? Ja! Wo das ist? Ich muss hermachen! Nein, es ist ein wenig! Ich schaffe! Ich werde schon mal losgehen! Hier geht's! Nein, das geht nicht braun! Schaffst du? Ja, gar nicht schön! Nein! Das war doch gut! Wolle! Wenn wir eine Flasche holen, gehen wir da halt! Was hier hinten ist! Ja! 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 Wenn du eine Flasche holen willst! Oder, wenn du eine Flasche holen willst! Ja! 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 Ich bin doch die Flasche! Ja! Ich bin doch mal die Flasche! Ja! Ja! Was soll ich noch mit Luba? Nein, das ist nicht mehr mit Luba. Ach so. Tschüss, Katia. Ich glaube, bei der geht's Schwanz. Flaschele. Beat, hast du Flaschele gegeben? Beat, Flaschele gegeben. Ich studiere das Geburt. Er sagt, er kann ja immer mit gestrickten Holz trinken. Jetzt geht's gleich nach oben. Wir passen da wohl gelernt haben, müsst ihr? Ja. Ist das Hauptfrau? Ja. Ja, genau. Wollt's? Ja, ja. Wollt's Happel? Ja, die ist. Was haben wir denn da? Ja. Reach, Sirsch. Was ist denn das? Ja. Das ist wieder. Nein? Wer war's blau? Hannabelle! Schau! Ach du Schauf! Ach du Schauf! Ach du Schauf! Gulasch. Gulasch! 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 Gulasch. Was ist das da? Das ist Meerschwein, Tremec und alles. Das ist freiwillig, das ist ein Mann. Oh, schön. Wie viel hast du denn ein junges Jahr? Nicht viel. Nein, das geht nicht. Im Winter ist es übersehen. Nein, das passt schon. Im Winter ist es übersehen. Im Winter ist es übersehen, gar nicht aufzuhalten. Jetzt sind wir zuerst in Lade geworden. Du, zwei Tage. Deshalb muss man es so aufgeben und da immer ein bisschen. Weil es im Bade liegt. Und der Hose liegt uns da dabei, und da liegt es im Bade. Das ist ein Mann. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020